Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together Goss Regen Breakpoint. Hier auch heute bei Ballaburger und Dr. Disco. Hallo. So, zeig uns... Ach du Scheiße, wie seh ich denn auf dem Bisschen aus? Wir sind hier an der Seite runter. Zeig uns, wo wir lang müssen. So, du sagst, es ist auf jeden Fall schallgedämpft, oder? Auf jeden Fall schallgedämpft und leise. Ja. Je weniger Trouble wir drin haben, desto besser. Hast du kein Sturmgewehr oder so? Pistole reicht das nicht? Naja, oh. Falls ich keine Kamera anfängt zu dampfen, deswegen frabe ich. Habe ich einen Granatwerfer, das ist kein Thema. Okay. Der ist speziell für kurze Distanzen. Schwarzlicht an. Jupp. Hoi. Was haben wir denn hier Schönes? Was sind denn das hier für Tiere? Sag mal. Ballrüstung. Geht rechts rum. Scheiße. Okay, Ziele sind in Sicht! Alles gut, alles gut. Wir brauchen noch ein bisschen um zu sterben. Vorfallbericht. Ich hab den rechts. Ich hab den links. Drei, zwei, eins. Da liegen sie. Sag mal, waren wir nicht schon mal drinnen? Nein. Anscheinend lügt jemand, was seine Angerausflüge angeht. Aber wieso? Warte mal, Mami, ist das Duster hier. Warte mal kurz. Schnapp ihn, die Tiger. Ich wollte ihn stechen. Was sind wir denn hier? Holla, die Waldfee. So, wir müssen lautlos die Leute hier ausschalten. Hast du es auch mitbekommen? Paladin 9 ist jetzt wohl auf der Insel. Boah, was denn da? Ist doch ein Schwarm da drin, oder? Ja. Ist das ein Testlabor, oder was ist das hier? Scheint so. Pass auf, hier sind ein Laser. Schnapp ihn, oder? Schon gesehen. Verdächtiges Geräusch, einer hat uns gehört, Renato. Über uns. Alles gut. Bestand gewesen zu sein, oder? Ja, wahnsinnig. Sehr gut. Dann bewegt dich mal runter rüber zur Tür. Ja. Verschlossen. Verdammt. Jetzt müssen wir jeweils diese Terminals hier aktivieren. Oder die aktivieren. Wir testen diese Panzerung, wa? Ja. Bloß aufpassen hier vorne. Wow, 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 wow. Die Laser fahren hin und her, ne? Na ja, man muss ja aufpassen, dass du dich jetzt schon gerätst. Mano, du bist ja schon oben. Die machen ziemlich viel Damage. Oh, 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 oh. Jetzt wäre ich beinahe reingelaufen. So, Törchlein. So, Törchlein. Öffnet sich. Anscheinend wurden alle Daten von dem Laufwerk hochgeladen. Alles Nötige sollte jetzt da sein. Sehr gut. Das Geld sollte in diesem Moment auf Ihrem Konto eingehen. Danke für Ihre Dienste, General. Ich freue mich auf zukünftige Updates. General Paxton. Schleichen Sie sich nicht so an, Sie erschrecken mich ja zu Tode. Sie... Sind eine von Faro's Leuten, oder? Ich habe gerade das Zeug vom Laufwerk hochgeladen und ihm geschickt. Ich... Wir durften quitt sein. Sie sind armselig. Für wen halten Sie sich eigentlich? Ich hatte vier Sterne auf der Schulter. Geben Sie nie freiwillig Infos preis, General. Sie haben gerade den Namen Ihres Komplizen verraten. Oh, Scheiße. Sie sind ein Ghost. Hören Sie. Was ich getan habe, habe ich getan, um meinem Land zu dienen. Wir brauchen neue Waffentechnologien, um Amerika vor seinen Feinden zu beschützen. Aber dabei haben Sie sich selbst zu einem Feind von Amerika gemacht. Sie haben Ihre Position benutzt, um Verrat zu rechtfertigen. Hören Sie. Wenn Sie wüssten, was ich für dieses Land geopfert habe, Sie würden sich in die Hosen pissen! Ich respektiere Ihren Rang. Aber Sie muss ich nicht respektieren. Damit... muss Schluss sein. Habe ich mich klar ausgedrückt? Gut. Weil ich nur sehr ungern nochmal herkommen würde. Das wäre für uns beide nicht schön. Ach, du Scheiße. Lauf. Lauf einfach. Lauf einfach. Oh, nein, 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 kein Bällchen im Cluster jetzt. Der kommt. Gleich fahren. Komm hier hoch. Warte, 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 warte. Ich bin sofort soweit. Ich bin sofort soweit. Ich kann sofort rennen. Eins noch am Bein. Und los geht die Party. Ja. Ja. Fahrt hier schon vorbei. Dann lauf. Spaß bei der Schade. Ich konnte gar nicht schießen. Bei mir waren direkt unten vor den Füßen. Also, da kommt er mit dem Dings nicht hin. Da ist jetzt dein Spaß. Huch. Ich blute schon wieder. Ich bin Bluter. Also. Ich habe da was im Ziel stecken, die eben rausziehen. Einen gewachsenen Nagel? Oh, dein Gebiet. Dein Gebiet. Mach ihn weg. Wo? Oh. Das ist eine Idee. Ach ja, wir haben noch einen Helikopter hier vorne. Wir haben einen Helikopter hier vorne. Und zur nächsten Mission. Haben wir nicht irgendwo noch so ein Behemoth? In der Nähe? Ach, jetzt geh mir doch weg mit deinem Scheiß Behemoth, Alter. Komm, lass hingehen. Ja, okay. Nein. Ich will nicht behemoth spielen. Gut. War ja auch nur ein Vorschlag. So. Ich setze euch ab über der nächsten Mission. Alles klar. So. T-10 Minuten habt ihr noch. Noch hier was Neues? Oh, noch Momento. Willkommen to Liberty. Zack. Fertig. Wir können. Abenteuer Dauerfeuer. Ja. Hör auf zu schießen, da sind Summys, Mann. Hör auf, die schießen ich ja gerade. Summys? Alles oder was? Ja, hinter uns war ein Momo, Angriffsgebiet. Meinst du, die kommen hier hoch? Ne, die haben schon locker gelassen. Oh scheiße, 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 oh scheiße. Ah, da kommt was. Helmut, dreh ab. Mach das, ah! Nein! 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 Eiraken! Oh oh. Scheiße, raus, raus, raus. Ich hab schon wieder was im Fuß. Rechtliche Schritte. Da hat vor jemand, da hat, da hat jemand die GT nicht gezahlt. Anzeige ist raus. Kennst du das nicht im brasilianischen Knast, wo die Schläge kriegen? Nein! Nein?! Nein?! Der Gleitflug ist gar nicht nur so schlecht. Ich bin in der Nähe von Stephanie. Hast du Informationen zu ihr? Sie ist eine Art Rechtsberaterin aus dem Silicon Valley. Och komm, nein! Sie ist hier für Tentrecht spezialisiert. Keine Ahnung, was sie hier macht. Wozu braucht Claw eine Rechtsberaterin? Das ergibt keinen Sinn. Mal sehen, was ich sonst noch finde. Ja. Da steckt sicher was anderes dahinter. Sag Bescheid, wenn du was hast. Mach recht. Ich bin am hinken. Warte. Hä? Oh, oh. Was mache ich jetzt? Während der Kaputen in der Ereignisse. Ach, jetzt hat der Werte da geschossen. Hä, der kann mich jetzt durch die Wand sehen? Ich hatte einen Dabell gesehen. Ist denn hier in der Treppe? Wie soll ich denn hier nach oben kommen? Erstmal ein Bärchenpflaster nehmen. Wir haben noch eine Spritze. Ja, die anderen helfen nicht. Die brennen immer so. Das wichtigste Spielortensil. Der Verbandskasten. Hä? Ja, übertreib doch nicht. Schießt er mir im Rücken. Ja, 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 ja. Ist die Alte bei dir? Ja. Ja. Ich will nicht, dass uns jemand hört. Wir müssen aus der Stadt raus. Ein Ort finden, an dem wir ungestarrt reden können. Haben wir ein Auto? Ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Hier ist so ein Jurassic Park Fahrzeug. Ich hab ja schon ein Auto. Spring rein, Uwe. Ja, ja, ja. Ich bin kein Outcast. Aber ja, Klaw ist viel zu gefährlich, um Sentinel zu überlassen. Ich würde Ihnen gerne helfen, aber ich kann nichts sagen. Sie haben ihre Augen und Ohren überall. Sie wollen alles zu mir zurückverfolgen. Was kann ich tun, um Sie zu beschätzen? Ich hatte eigentlich vor zu fliehen vor all dem hier, aber um das zu schaffen, muss ich aus Sentinels Datenbank verschwinden. Wenn Sie alle Spuren meiner Existenz aus den Dateien von Sentinel löschen, kann ich offen ersprechen. Ich will nicht paranoid werden, aber das ist wirklich wichtig. Dann sagen Sie mir, wo ich hin muss. Danke. Ich gebe Ihnen ein Wegwerf-Handy. Rufen Sie an, wenn Sie fertig sind. Keine Sorge, es ist verschlüsselt. Wo muss ich hin? Am Ufer-Wesby von Liberty City finden Sie Boote. Nehmen Sie eins noch mit erreichen Sie den Stützpunkt. Dort werden meine Daten aufbewahrt. Okay, ich melde mich, wenn ich fertig bin. Ich dachte, ich hätte die Alte jetzt über einen Haufen gefahren. So, da müssen wir jetzt hin, wa? Ab aufs Boot Rino. Wie viele passen wir drauf? Ja, alle scheinen drauf zu passen. Ja. Setz dich, Uwe. Bin ich schon dabei. Was ist denn da vorne auf dem Beifahrersitz? Ach, schade, ich habe meine Angel vergessen. Noch mal zurück. Machen wir es leise oder laut? Wir haben keine Zeit für leise. Laut rein. Ich höre Sie laut und deutlich. Danke. Sorry, der ganze Geheimagentenkram ist etwas ungewohnt für mich. Haben Sie mir was mitzuteilen? Oh, ja. Ich wollte Ihnen ein paar Details zu dem Ort mitteilen. Es ist ein alter Flottenstützpunkt, den Sentinel früher einmal benutzt hat. Und da finden Sie ein Datenzentrum. Dort werden alle Besucher und VIPs gespeichert. Ach, das geht ja hier nicht hoch, ey. Wissen Sie auch, wo genau es ist? Nein. Aber da wird auch mein Profil aufbewahrt. Shakey, breaky. Es gibt Mörser, automatische Beschützer und Drohnenpiloten. Es ist alles hochmodern. Sehr netzliche Infos. Danke. Stöchen? Wie? Ich wollte schon sagen. Habe ich da einen übersehen? Da hinten ist noch einer, den man befragen kann. Ich gehe den mal eben befragen, wo? Okay, Serverraum, Gebäude im Nordwesten. Ich habe es. Sehr gut. Ach du Scheiße, ich bin so längst wieder. Sobald ich aufstehe. Schön draufhalten, schön draufhalten. Ich bin sofort startklar. Oben, hinter dir, Romano. Genau. Mein Trommelfilm müsste schon längst draußen sein, ne? Ach, Romano, übertreibt doch nicht. Alter. Ja, tut mir leid. Du bist mir voll im Schuss gelaufen. Nein, 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 nein. Oh, mach dich halt. Ich rücke vor. Ich rücke vor. Ich rücke vor. Halt. 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 Das ist eine coole DMR. Alles klar, ich bin am Server angekommen. Erledigt. Vielleicht nochmal die Aufzeichnungen checken. Stephanie, ich habe mich um Ihre Akte gekümmert und Sie aus dem System entfernt. Danke, Norman. Das bedeutet mir wirklich viel. Können Sie jetzt frei sprechen? Ja. Ich sende Ihnen Koordinaten zu einem sicheren Treffpunkt. Dort kann ich Ihnen die Koffer-Einkammer nehmen. Sehr schön. Danke. Ich bin schon gespannt. Alles klar. Oh, das Timing ist doch perfekt. So, meine Freunde. Leider in dem Spielsitzel auch heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Together. Ghost Recon Breakpoint. Es bleibt spannend. Bis die Tage. Ich habe established heute auch ein Foto-Context. Wie ist jetzt im Spiel? Das Kopp. Das Kopp. Here haben wir wirklich. Mutuell! Da. Das ist ja viel in der Koala-Attreibung. Bis zum nächsten Mal.